So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine neue Folge, naja, Makes Out Monday ist es eigentlich nicht, aber es hat irgendwie was damit zu tun, aber eigentlich ist es ein Zuschauerwunsch und bevor ich es wieder vergesse, muss ich natürlich erst noch das Maskottchen für diesen Monat einblenden, nämlich das Groudon, das habe ich jetzt extra erst nachträglich gemacht, dass ihr mal seht, eigentlich ist das ja gar nicht da und wird dann zusätzlich immer eingeblendet, weil manche denken, was für einen komischen Hintergrund, was hat der denn da? Was ist denn da für ein Groudon, das passt doch gar nicht zu dem anderen Zeug, ja, das ist das Maskottchen für diesen Monat und das ist die letzte Makes Out Monday Folge vom Montag und da hat der Marc niemals drunter geschrieben, da dein Kleiner auf der Welt gekommen ist, bitte, bitte, Busche die Baby Pokémon, dafür eine extra Folge für Jonas, Habanero, natürlich nochmal hier, alles Gute für euch, das schönste Geschenk auf diesem Planeten, so, fertig. Die Idee fand ich eigentlich ganz cool, weil ich habe selber noch gar nicht drauf geachtet, ich glaube, ich habe jetzt ja noch nie ein Baby Pokémon gepusht, wenn dann vielleicht mal, wenn irgendeine Familie voll war, dass dann das Baby dazu auch gepusht wurde, Aber nie extra mal in dem Titel gesagt, hier Baby Pokémon, zack. Ich habe früher, bevor ich Max Out Monday mir Zuschauerwünsche gemacht habe, immer bestimmte Themen Max Out's gemacht, alle Feuerstarter gepusht, alle Wasserstarter gepusht, alle Pflanzenstarter gepusht, alle Evoli-Entwicklungen gepusht oder sowas. Aber alle Baby Pokémon gepusht, das gab es noch nicht, deswegen möchten wir jetzt mal hier rüber gehen in die App, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Baby Pokémon sehen könnt, in dem Beutel direkt mit Suchbegriff, Ich habe da einfach eingegeben, nur aus Eiern. Nur aus Eiern zeigt euch hauptsächlich die Baby Pokémon an, beziehungsweise Sachen, die halt wirklich nur aus Eiern schlüpfen können. Ich weiß jetzt nicht, ob da Molunk und so auch dabei wäre, wenn wir hier mal drauf gucken. Das ist Baby, Baby, Baby. Ist da ein Nicht-Baby mit drin? Also so wie es aussieht, sind da keine Nicht-Babys drin, obwohl momentan ja Molunk eigentlich auch nur aus Eiern kommt. Konnte man auch nicht raiden, kann man nicht wild fangen. Hätte man denken können, steht da auch mit dabei, steht es aber nicht. Was jetzt aber wichtig ist, ich pushe ja bei Maxout Monday immer nur 100%ige Pokémon ans Limit und das heißt auch auf Level 50 und dafür brauche ich auch die entsprechenden XL. Also wenn ich ein 100er habe und genügend XL, wurde immer ans Limit gepusht, gebe ich also eigentlich nur aus Eiern und 4 Sterne, damit wir wissen, das sind die 100%igen, die ich habe an Babys. 12 Stück zeigt es mir hier an. Manche sind auch doppelt. Die Doppelten ignorieren wir jetzt. Wir werden einfach von jedem Baby, was 100 ist, eins versuchen zu pushen. Angefangen mit diesem Pi. Ich habe 200er Pi. Das ist weiblich, das ist auch weiblich. Gibt es das vielleicht nur weiblich? Habe ich Pech? Kein Männchen dabei? Jonas ist doch ein Junge. Nehmen wir einfach ein Pi, machen Power-Up, ziehen das hoch auf 759. So, das ist der erste Push. Auf Level 50. 100% Pi. Level 50. Was macht man damit? Eigentlich nichts. Dann haben wir Fluveluf. Da haben wir auch zwei. Nämlich das und das. Das von 14.4.22. Das eher frisch. Das werden wir auch jetzt einfach maxen. Halt einfach immer das Höchste. Ich glaube, bei den Babys mache ich auch überall mal einen Stern dran. Da ist auch überall ein Stern dran. Außer bei dem. Da war noch keiner. Der kriegt jetzt auch einen Power-Up. Ist auch wieder ein weibliches. Kommt auf 605. WP. 299 dazu. Wichtig. Hier auch wieder der Tag fürs Level 50. Level 50. 100%. Am Ende können wir die ja mal nach WP sortieren, um zu schauen, was das krasseste, heftigste, WP-risierteste Baby ever ist. Togepi. Habe ich eins. Familie ist voll. Das Baby Togepi haben wir noch nie gepusht. Können wir jetzt machen. Und es ist sogar ein männliches. Das heißt, das wäre der erste Habanero, den wir haben. Machen wir hier mal Power-Up. Geben wir mal hoch. 743 WP. 368 hat es dazu bekommen. Geben wir hier auch den Tag dran. Ungefähr so. Passt wunderbar. Vielleicht nennen wir einfach das beste, stärkste, was dann übrig bleibt. Habanero. Aber nein. Dann sehe ich Pi hat jetzt ja schon mehr als Togepi. Das ist nicht so cool. Elekid ist auch männlich. Machen wir aber erst mal einen Power-Up. Oha. Der kommt auf 1364. Der sticht gerade einfach alle aus. 100%. Über 1300. Level 50. Elekid. Wer hätte es gedacht, dass der so hochkommt. Magby. Im Prinzip sein Bruder. Obwohl er hier weiblich ist. Also eher die Schwester dazu. Machen wir auch Power-Up. 1496. Warum ist der denn höher als der andere? Der sieht doch so doof aus. Also ich mag Elekid. Und Magby? Naja. Aber Magby glaube ich jetzt auf Platz 1 momentan. Auch hier Level 50. 1496. Dann haben wir Azurill. Ich glaube bei Azurill ist das Ding, ja, das ist schon auf 50. Da haben wir nämlich bei Max Out Monday, Max mal ein Merrill, ein Azurill und mal ein Azumarill und dann ist die ganze Familie davon schon fertig gewesen. Das heißt, hier müssen wir nichts Maxen. Wir können auch mal gucken. Das ist ein Weibchen. Das ist ein Männchen. Aber nur weil das ein Männchen ist, pushen wir das jetzt nicht noch hinterher. Die Bonbons wären zwar auch da, aber lassen wir so. Azurill ist schon auf 50. Mit 400 noch was. Das ist ein Weibchen, den haben die meisten gerade mal, wenn sie frisch geschlüpft sind. Mini! Ist so, ist so ein Fall, den habe ich mal im Minicup gespielt mit Condor Spiegel Cape. Da war der richtig krass, richtig genial. Ist ein Hunderter, habe ich auf 499 gepusht. Ich weiß nicht, ich meine, es muss ja kein Hunderter sein. Hunderter würde man schon versuchen ans Maximum zu ziehen, oder? Und falls ich doch mal irgendeins brauche für den Minicup wieder, obwohl ich seit 300 Jahren keinen Minicup gespielt habe, könnte man ja auch irgendein anderes nehmen und versuchen, eben möglichst an 500 ranzubringen und zu kämpfen. Hier müssen wir aber Bonbons umwandeln. Ihr seht, wenn ich hier draufgehe, ich brauche 296. Das passt so nicht. Also müssen wir Bonbons umwandeln. Wir tun mal rüber bis 296. So ungefähr. Wir tauschen also 4200 Bonbons ein, um 42 XL zu kriegen. Jetzt das Power-Up zu machen auf 603 WP. 104 gab es dazu. Und jetzt aus Versehen entwickeln und dann ist es fertig. Ist auch ein Mädchen. Ist auch ein, ja. Ist ein Mädchen, ist ein Weibchen. Ist so. Ist so, kannst du nicht ändern. Ist halt einfach so. Bonnera. Bonnera fehlt auch, aber, oh, 4, 10, 104, 104 sind 284. Das reicht nicht. Bei dem wird es, glaube ich, nicht reichen. Manfaxo dürfte gehen. Ja, Manfaxo geht. Manfaxo, Manfaxo ist ein Mann. Manfaxo hat jetzt schon 1081. Wir geben mal hier, ach du meine Güle. Manfaxo kommt auf 2139 WP und ist ein Männchen und kriegt hier ein Level 50 Tag dran. Level 50, 100%. Das ist der fetteste. Ja, und hier, hm, 184. Also es geht nicht auf. Eigentlich sehe ich es ja schon. 296, ne. Ich könnte nur bis 288 eintauschen. Das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Am besten mal mit einem Scharnera oder so laufen. Noch ein paar holen. Ich weiß nicht. Braucht man das? Macht man damit was? Die Familie habe ich, glaube ich, schon gepusht. Aber wir wandeln jetzt einfach um. Wir ziehen es jetzt hoch. Erstmal so weit, wie es geht. Ach, jetzt fehlen mir die normalen Bonbons auch noch, dass ich nicht mehr zum Level 40 komme. Ach, das ist ja bescheuert. Das heißt, wir kommen gerade mal bis. Wir haben nur 80 Bonbons nochmal übrig. Ich komme gerade mal bis hier hin. Wir sind noch nicht mal an Level 40 rangekommen. Also, ja. Da haben wir uns jetzt selbst ein bisschen was. Wenigstens können wir es jetzt nicht mehr entwickeln. Das ist sehr schön. Da kommt auch kein Tag dran. Der hat sogar einen Blumenkranz auf dem Kopf, okay. Aber, ja. Der hat leider nicht gepasst. Dann ist die Reihenfolge, wenn wir mal gucken, von den gepushten. Azuril, Fluffeluf, Bonera, denke ich mal, würde Pi wahrscheinlich übersteigen. Ach so, ja. Dann nochmal Azuril. Also, das untere zählt ja eigentlich gar nicht. Ist so. Fluffeluf zählt also auch nicht. Das ist ja auch wieder ungepusht unten. Pi, Elikid, Magbi, Mamfaxo. Die oberen drei sehen besonders cool aus. Und dieses Mamfaxo, ja, ist jetzt hier der heftige Boss. Und der heißt jetzt einfach Habanero. Und irgendwann kannst du dann mal die Leute fragen, wieso heißt dieses Mamfaxo Habanero? Und dann können die irgendwelche Geschichten erzählen und dann passt das auch wieder nicht. Der sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ich glaube, ja, damit kann ich mich identifizieren, dass das der kleine Habanero ist. Und männlich ist. Und das alles passt. Und Dankeschön und Grüße gehen raus nochmal an Marc. Marc niemals für die Idee. Ist eine coole Idee. Haben wir umgesetzt. Und Marc sucht, ich möchte es nochmal erwähnen, Marc sucht Spieler, die am Wochenende Bock haben, in Dortmund Mewtwo, Krypto-Mewtwo-Rates zu machen. Marc, wir wissen es alle, der war ja auch schon da, der hat die goldene Meile mitgemacht hin und her mit seinem Bruder Pierre. Marc raidet nur in Dortmund. Und der nimmt keine Fan-Raid-Einladungen an, der raidet nie woanders, keine Ahnung, der raidet immer nur in Dortmund. Der will sein Profil, sein Account nicht verschändeln mit irgendwelchen angefangenen Arenen oder Fortschritten oder so. Und deswegen nur in Dortmund. Und irgendwann alle Arenen in Dortmund auf Gold zu haben oder so schon auf Gold zu haben. Deswegen nochmal Aufruf. Ich möchte am Samstag bei Mewtwo ab um 10 mich auf die Lauer legen. Und den ersten, den ich dann so sehe, der aufgehe, den vor Ort mit Video machen würde, dazu im Community-Tab nochmal was posten. Dass ihr mal seht, wie das aussieht, wie man ihn bekämpft, für die, die gar nicht mitmachen können. Und dann mich der Marc-Gruppe anschließen, die den ganzen Samstag und Sonntag über versucht, Mewtwo-Rades zu machen. Was sie jetzt, weiß ich nicht genau, vielleicht in Telegram posten oder wir es im Community-Tab posten, wann welcher Raid wie wo gemacht wird. Und die Leute, die die Möglichkeit haben, zu reisen, zu unterstützen, da mitzumachen. Ihr raidet dann also mit Marc, mit 1-2-3-Kit, mit Genaya wahrscheinlich, mit, ich weiß nicht, wer noch alles dabei ist. Sagen wir mal, Linus und Dandro und Skinny. Ich werfe einfach mal ein paar Namen in den Raum. Also Leute aus der Community, die man kennt, wo es Spaß gemacht hat, immer zusammen zu raiden, könnten jetzt wieder zusammenkommen und dieses Wochenende nutzen, statt jeder für sich zu raiden, dass wir alle zusammen raiden und dabei jemandem helfen, in seiner Stadt klarzukommen. Das klingt doch eigentlich cool. Die genauen Pläne habe ich aber trotzdem jetzt noch nicht und weiß ich jetzt noch nicht, aber das werdet ihr noch mitkriegen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.